Sie greift den Wurf an, sie geht in die Aktion, muss dementsprechend auch bestraft werden. Klar, kein Punkt. Jetzt sind mir auch die Worte weggeblieben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Es gibt aber erstmal sieben Meter Wendikünze für Grünbach-Sperin. Einmal angetaucht. Und er war da drin. Da hat sie sich doch etwas verändert. Er sagte sich noch, antäuschen, das macht sie gar nicht. Sie wirft ihn einfach rein. Nur mit antäuschen. Funktioniert auch auf Seiten von Grünbach-Sperin, 29, 25. Ja, das liegt natürlich auch da, wie Herr Treuter sich positioniert. Und manchmal ist es ein schönes Mittel, mit einer angetäuschten Finte im Wurf den Treuter vielleicht schon vorzulich in eine andere Ecke zu schicken, um dann wirklich ganz locker einzunetzen. Annika Kaminski, da konnte sie nicht werfen, mit der Finte an den Kreis. Sparin hat damit geregnet und Steffi Dube jetzt mit der Chance und dem Tor. Da hat sich die Einwechslung doch gleich gelohnt. Erster sieben Meter mit den zwei Minuten und jetzt das Tor für Steffi Dube. Und Dorf Mecklenburg läuft nun langsam die Zeit davon. Acht Minuten sind es noch auf der Uhr. Fünf Tore vor für Grünbach-Sperin. Und der Ball von Johansson geht vorbei. Aber da war eine Hand von Grünbach-Sperin ran. Und deswegen gibt es einen Wurf von der Ecke. Für Dorf Mecklenburg. Also ich habe den Block nicht gesehen und nicht gehört. Ich war der Meinung, das war ein klarer Wurf. Jetzt war es ein klarer Wurf und dann hat ja auch ein klares Tor. Der zehnte Treffer von Sandra Johannesson. 30 zu 26. Jule Kluth bleibt unglücklich. Und der Konter, Kinscher ist zurück. Und macht sie fest. Franziska Beuth. Konnte schnellen Angriff nicht genutzt werden. 30 zu 26. Bleibt es sieben Minuten noch auf der Uhr. Und Dorf Mecklenburg wieder voll. Und Dorf Mecklenburg wieder voll. Da hat sie sich wieder wehgetan. Es gibt sieben Meter zwei Minuten. Gegen Kerstin Felkhelm. Da hat sie sich scheinbar sehr wehgetan. Kerstin Felkhelm. Weil sie sich nebenher wehgetan. Sie sind in Kerstin Felkhelm. Sie sind in Kerstin Felkhelm. Frauen sind in Kerstin Felkhelm. Und sie sind in Kerstin Felkhelm. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.